Valery Salushny ist als Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte ebenfalls Opfer russischer Propaganda und Falschmeldungen. Mehrfach hatte es in russischen Propagandamedien Meldungen gegeben, der General sei im Krieg verletzt oder getötet worden oder geflohen. Dabei tauchten immer wieder Bilder und Videos von Salushny in den sozialen Medien auf. Diese Bilder etwa teilte der offizielle Account des Oberbefehlshabers am Montag. Sie sollen Salushny zusammen mit dem ukrainischen Generalleutnant Shabtala bei einer Besprechung zur ukrainischen Gegenoffensive zeigen. Bei einem Treffen mit russischen Reportern reagierte Präsident Wladimir Putin sichtlich überrascht von einer Nachfrage nach Salushny. Putin spielte damit darauf an, dass sich Salushny außerhalb der Ukraine aufhalten hat. Die aktuellen Bilder der ukrainischen Streitkräfte sollen das Gegenteil beweisen. Der General ist weiterhin mitten im Krieg und bester Gesundheit.